moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft skyfactory und wie gestern schon angekündigt werde ich jetzt mal gleich kurz ein bisschen kies durch das sieb durchjagen in der hoffnung dass da mal wieder ein paar diamanten rauskommen so wir müssen jetzt genau das iron müssen wir durch und ich hoffe einfach dass jetzt mal so ein zwei diamanten mit bei sind weil das kann nicht angehen der ist das sieb hinten beim sieg kriegt die ganze zeit nichts raus und das ist nicht schön ich brauche halt ich würde halt gerne auch nichts beine kein die dabei doch ein dir erst geil endlich mal wieder ein diamant das heißt wir können jetzt endlich den dritten hammer in den auto hammer reinschmeißen was wiederum bedeutet dass wir jetzt genug genug power haben müssten in dem auto hammer dass da dass der dauerhaft mal dauerhaft mal durchbrennt und auch den den beiden sieben genug material liefert dass die halt die ganze zeit voll sind so passt auf jetzt kriegst du hier noch mal einen weiteren hammer und jetzt geht mal richtig geht mal richtig swag hier immer richtig gas attack damage genau das ist noch mal das jetzt noch mal ein bisschen erhöht sehr sehr schön jetzt hoffe ich mal dass hier ein bisschen mehr durchgeht aus durch diese ganze geschichte und da ein bisschen mehr bei rum kommt so ich habe natürlich auch ein bisschen gesiebt das heißt da sind jetzt auch ein paar materialien bei rum gekommen die wir ja eigentlich gerne mal auch wieder einschmelzen könnten gerade hier das iron ist ja ist ja nicht gerade wenig was hier gerade rumliegt so das hat natürlich nicht ganz geklappt so wie ich mir das vorstelle und einer ist übergeblieben das ist nicht schlimm der kann hier wieder rein da fühlt er sich wohl und ich habe jetzt hier ein paar hier ein paar iron die wir dann gleich durchschmelzen können sehr schön ich möchte mich aber hauptsächlich ach nee warte mal ich will eine sache noch mal ausprobieren das habe ich nämlich auch gesehen die ich auch sehr sehr cool fand und zwar kann man sich ja eine genau hier so ein schüssel genau ein schüssel bauen und mit dem schüssel kann man nämlich hergehen und sagen den legt man sich auf die hand und dann geht man hier rein legt da so ein kappel stone hin und dann kriegt man hier ganz neue muster und das ist ziemlich cool das das finde ich sehr sehr nice das habe ich das kannte ich noch nicht so jetzt werden wir nämlich hier mal jetzt habe ich hier nämlich den die kappel stones 64 stück und dann kann ich daraus ein schönes muster machen ohne ohne großartig noch mal wieder ein bisschen was anzufangen damit so jetzt haben wir hier ein cooles muster für für die für die steine und damit möchte ich jetzt quasi meine meinten meine monster falle bauen meine monster falle bauen und der denn so ein paar monster spawnen sollen so wie habe ich jetzt gemacht eins zwei acht habe ich gemacht ne da ist noch einer über da ist noch einer über dann kommt hier noch was hin und da noch was hin ich habe das letzte mal wo ich eine monster falle gebaut habe das so gemacht dass die monster falle erwartet mal das kann ich so gar nicht machen das ist viel zu dicht dran sehe ich gerade habe ich eine dings dabei natürlich nicht natürlich habe ich keine spitzhacke dabei ich brauche nämlich hinten an der monster falle brauche ich die möglichkeit ranzugehen weil ich möchte meine monster falle möchte ich so aufbauen dass da ventilatoren drinnen sind dass da fans drinnen sind und die sollen die sollen die monster die sollen die monster denn an die an die tötungsgeräte drücken so und das wird eine monster falle 1 2 3 genau 3 soll sie breit sein das reicht die soll aus zwei wege bestehen die soll nämlich aus zwei wegen bestehen und zwar so 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 das wird so ein bisschen ein ein kasten sein ich bin auch auch ganz ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher was das überhaupt hier wird vielleicht wird das auch einfach nur blödsinn was ich hier gerade baue aber wenn das ein blödsinn wird dann wird das wenigstens witziger blödsinn so dann geht das hier nämlich weiter entlang und dann wird es hier entlang gehen und hier ist die tötungsmaschine genau hier kommen wir noch mal entlang hier wird der hier wird der bereich sein wo es denn reingeht den bereich muss ich aber glaube ich zwei machen damit damit auch spinnen rein können glaube ich also machen wir das machen wir das so hier kommen die hopper hin die die ganzen materialien aufsammeln werden das ist hier der der ganze fußboden von der anlage kommt erst mal wieder eine fackel drauf ach so ich kann ja eine wand benutzen ich habe ja wenn wir das schon haben dann können wir das ja auch mal benutzen so das ist meine anlage sozusagen erst mal der erste schritt was sind das jetzt für er rei er wird bericht wird wird alles klar keine ahnung wir nehmen davon mal ein paar mehr die sehen nämlich cool aus also ich finde dass sie cool aussehen das kommt mal zur seite so rechtsklick wo waren jetzt noch mal die waren das hier sind die ne genau davon will ich noch ein paar haben zipp na geht er rein der genau und den auch noch mal alles klar so dann bauen wir jetzt dann bauen wir jetzt die geschichte mit den ventilatoren hier kommen jetzt nämlich ventilatoren hin später auf jeden fall so denn können nämlich hier drinnen können jetzt monster spawn quasi die kommen denn da kommen jetzt hier habe ich nur ein zweier gang alles klar das ist nicht schlimm dass ich da nur ein zweier gang habe das macht nichts das wird jetzt hier werden die monster hierhin gedrückt so hier kommt jetzt nämlich auch wieder hier kommen jetzt auch noch zwei ventilatoren hin zack 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 die drücken denn die monster hier hin und hier ist die tötungsanlage hier kommen sie da nicht weg warum ist sie jetzt zwei breit weil denn dann funktioniert das alles gleich so dann ist nämlich hier hier kommen gleich die tötungs dinger dran also ich brauche mal ich brauche mal erde damit ich hier reinkommen und genau da kommen die hopper hin ja das ist das ist genau richtig so wie ich das haben so wir müssen jetzt noch die die fan herstellen und zwar genau hier gibt es nämlich die mob fan die brauchen stone slabs ein bisschen iron und so weiter und so fort okay dann brauche ich 1 2 3 4 5 6 7 7 stück brauche ich davon wo ich habe ganz vergessen ich muss dings an ich muss ich muss ja zuckerrohr anpflanzen das habe ich voll vergessen pass mal auf habe ich irgendwo sand da ist noch sand aber ich habe ganz vergessen zuckerrohr anzupflanzen geht das geht das hier wahrscheinlich nicht mehr pass mal auf wir müssen das mal so machen ich würde das wasser mal frei lassen dass mich da jetzt nicht so dass mich da jetzt nicht so alter ja das war jetzt natürlich nicht dahin wo es sollte so zack einmal jetzt habe ich da nämlich mein wasser und jetzt muss ich da irgendwie zuckerrohr reinschmeißen ich weiß nicht ob ich shaka sugar sugar habe schon doch hier ist sogar sugarcane seed alles klar das sind die die ich brauche dann kann das nämlich einen kleinen ticken wachsen zack zack und dann habe ich da gleich meine da kriegt er meine fallen heraus da kriegt er meine fallen her so das müsste auch wenn die dann schnell genug wachsen kann ich die ich kann da knochenmehl draufhauen falls ich den knochenmehl irgendwo habe ich glaube knochenmehl ist auch so eine so eine sache die er eher selten ist genau ich brauche eisen ich brauche redstone einmal mindestens und ich brauche stone slabs da habe ich sogar welche cool das heißt wie viel kann ich jetzt ach so ich muss jetzt hier angehen wie viel kann ich jetzt insgesamt herstellen ich könnte sogar sechs herstellen sechs ist ein bisschen wenig warum kann ich nicht mehr herstellen weil mir eisen fehlt oder was nehmen wir fehlts an redstone okay sechs ist aber einer zu wenig ich brauche sieben habe ich noch redstone ich habe kein redstone mehr das ist natürlich ärgerlich hier wird auch kein redstone sein hier wird auch kein redstone sein das ist ein bisschen ist ein bisschen mad aber in der regel kann ich das auch anders bauen das müsste es müsste trotzdem gehen ich brauche trotzdem jetzt noch mal ein bisschen stein und ich brauche um sticks genau weil ich ein paar hebel brauche ich noch mal alle die ich kriegen kann und alle die du kriegen kannst so dann kommen nämlich jetzt hier die events da auch und wir machen das hier hinten so dass wir nur da ein wenn haben das ist nicht so nicht so wild so jetzt kommt nämlich folgendes jetzt gehen wir hier hinten hin ich mache einmal da sind die hebel so einmal ach so stimmt hebel ran hebel ran hebel ran anschalten 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 so dann kommen jetzt hier drüben hebel hebel anschalten anschalten ich muss jetzt hier drüben noch mal einmal hierhin hebel anschalten und jetzt muss ich aber ganz kurz gucken wie das aussieht mit der mit der mit der mit der geschichte ob ich hier auch rumgetrieben werde da werde ich zwar rumgetrieben okay ich bleibe aber hier stehen das heißt die geschichte ist eindeutig die geschichte ist eindeutig zu weit zu breit geworden okay das macht nichts das können wir das können wir einmal ändern ich muss die muss die jungs mal ausschalten hier genau aus 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 die haben aber auf jeden fall ordentlich power und da geht dann da geht dann gut was da gehen gut was ab sagen wir es mal so so pass mal auf wir haben e1 zu wenig insgesamt von der ganzen geschichte hier das heißt ich würde den kollegen den kollegen setzen wir hierhin und das hier machen wir komplett zu das machen wir zu beziehungsweise das reiße ich alles komplett das reiße ich nicht alles komplett ab wenn ich jetzt alles komplett abreißen würde würde ich das einmal mit v meiner machen und dann wäre alles weg aber das will ich natürlich nicht das will ich natürlich nicht machen wir machen das einfach mal ein bisschen schmaler hier und hoffentlich haben wir denn so das ist das ist die geschichte genau dann passt das nämlich so und in der regel sollte also nicht an machen in der regel sollte das eigentlich auch reichen für für die monster so dann kommen nämlich genau das kommt noch mal zu da habe ich den hopper drin hier kommt die tötungsgeschichte rein und das sieht eigentlich ganz gut aus bis jetzt so hier ist jetzt noch ein bisschen monster farm monster monster mäßig was drin los also in dem ich habe da ich konnte da gerade eben dings da gerade drauf geklickt und dann habe ich gleich die das menü wieder gekriegt dass ich da beim beim fan irgendwas einstellen konnte ganz komisch ich habe keine steine mehr doch da sind auch welche beziehungsweise ich auf dem ersten slot liegt auch noch was alles klar das nehmen wir mal darüber dann können wir jetzt hier weiter hoch bauen und jetzt bin ich gerade eingesperrt naja ich habe mich gerade selber eingesperrt sehr schön wie komme ich eigentlich später hier raus so ich brauche ich brauche eh noch einen ausgang ich brauche irgendwie ein exit ich brauche irgendwie ein extert damit hier letztendlich wieder rauskommen wenn das ganze ding dann fertig ist so ich kriege als als deckel will ich slabs oben drauf bauen ich weiß das ist jetzt momentan das was ich hier baue ist nicht mega kreativ aber für es reicht erstmal für die für das was wir vorhaben wird es reichen hier sind überall monster spawns oben drauf auf der auf der geschichte das muss ich natürlich verhindern das ist noch ist es zu früh wenn hier monster drauf spawnen würden habe ich slabs dabei ja habe ich aber ich würde gerne holz slabs haben und ich nehme sogar dunkle holz slabs wir haben ja ein bisschen fichtenholz und dann werden wir mal ein bisschen bisschen dunkle dunkle slabs herstellen so pass mal auf das weg dann haben wir mal einen schwung dunkle slabs quasi einmal das rüber das kann auch rüber genau wo wollte ich noch irgendwas also was macht das zuckerrohr zuckerrohr ist noch nicht noch nicht gewachsen habe ich bohmeel bohmeel habe ich echt nichts mehr aber bohmeel würde ich rauskriegen wenn ich habe nicht das wenn ich das hier durch sieben würde ich hier bohmeel drin wie sieht das hier bei euch jetzt mittlerweile aus habt ihr und diamanten schön habt ihr ein bisschen vorrat du doch der läuft jetzt auch einigermaßen okay der kriegt jetzt auch immer ein kappel also ein bisschen kies rein bevor es weitergeht ich muss mal gucken wie ich das jetzt wie ich das mache das reicht es schon ich weiß nicht wie viel ich warte mal ich werde mal einfach ein abreißen ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher wie viel ich eigentlich brauche von den hier für die gut ich brauche fünf stück siehst du brauch fünf stück für die tötungsanlage gut den kann man ja wieder reinstecken das ist ja nicht so schlimm ich muss tatsächlich irgendwie an an bohmeel rankommen damit ich das damit ich das ganze ding fertig gebaut bekommen wie sieht es hier aus ich muss da oben wieder einen entlang zimmern nochmal schnell zack 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 ich würde gerne mal darauf ich würde gerne darauf da komme ich nicht rauf weil ich zu klein bin bin zu klein und zu hässlich alles klar jetzt habe ich da einen weg gefunden rauf zu kommen das nehme ich mal weg es ist schon wieder schon wieder hell ne so da können wir einmal den rüberlegen jetzt können wir nämlich hier die slabs drauflegen ich habe da alles klar dass das ist in ordnung das kann man mit den slabs tatsächlich jetzt auch wieder mit der wand machen insofern ich da hinten rankommen insofern ich eine dabei habe habe ich eine wand dabei ich habe keine doch da ist die wand sehr schön denn so langsam so langsam funktioniert das mit der wand nämlich ziemlich gut also dass ich das auch verstehe wie die funktioniert und ich setze sie und ich setze sie richtig ein das ist ganz cool so pass mal auf da ein hingezimmert jetzt habe ich nämlich hier auch den bereich geschaffen dass hier keine monster drauf spornen können weil das ja eine weil das ja die unteren slabs sind also hier oben auf dem dach finde ich das in ordnung da kann man das machen hier habe ich jetzt ein bisschen zu viel schleppig schlepps gesetzt haben wir so quasi ein überdach hier finde ich auch in ordnung mit slabs zu arbeiten aber also mit der mit der unteren seite des labs zu arbeiten aber sonst so in den ganzen anderen bereichen für sich das eigentlich so toll so ich habe gerade gesehen und gesagt dass ich da zu viel hatte genau da die sind die sind über die kommen weg obwohl so ein überstand natürlich eine schöne sache ist mehr oder weniger guti jetzt haben wir zwar jetzt sind wir noch nicht so weit dass hier monster drin ist born können und ich brauche auch noch einen kleinen augenblick bis ich tatsächlich so weit bin dass hier drin der monster spornen können aber ich denke mal das werden wir morgen auf jeden fall hinkriegen ich habe wieder die schaufel nicht dabei na gut okay dann sammle ich das mal schnell so ein ich habe ja gerade gesagt ich brauche bohmeel und ich habe hier gerade sand in der tasche oder in der hand das heißt ich könnte doch eigentlich mal den sand kurz klein hauen und durch sieben da bin ich damit ja auch ganz schnell durch habe ich gerade eben noch monster spawnen hier gesehen ja da ist ein monster spawnen alles klar ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich wieder dafür dass sie eingeschaltet habe danke für den ganzen support und wenn ihr möchtet sehen wir uns morgen bei einer weiteren folge wieder bis dahin bye bye